Hey, Plaschtrap ist noch so gegangen, ihn hast du gut gehört, aber bei Balloon Boy hörst du die letzten Schritte nicht. Da musst du dich auf die Zeit verlassen. Hey Freunde, ich bin heute hier in der heutigen Woche, und herzlich willkommen zu einer Folge von Five Nights at Freddy's Health Wanted. In der letzten Folge haben wir knapp drei fertig gemacht und sind jetzt fertig mit Springtrap verarschen, mit einem Kind verarschen, schaut unbedingt in der letzten Folge vorbei, die war absolut lustig, das war zum Krollen, jetzt wird's grüselig, wir müssen gegen Plaschtrap fighten. Oh Gott, das wird widerlich, das wird sehr widerlich. Plaschenlampe, den Knopf drücken, stopp Plaschtrap auf dem X. Okay. Oh, scheisse wird das grüselig. Das ist weg. Das ist weg. Fuck. Okay. Scheiße, komm schon. Jetzt! Oh mein Gott! Du bist so ein Drecks, Applauschtrepp. Ich hasse dich. Okay, kann ich nicht lassen. Okay, schade. Okay, ich brauche kurze Pause. Oh mein Gott, ey. Ja, Glitchtrap, ich kann dich halten. Oh, Mann, ist das schlimm. Boah, das ist ja anders grenzwertig. Oh mein Gott, wie meine behinderte Hand zittert. Da sieht man vielleicht die Rachen. Seht euch an, wie das Kontrolle zittert, Mann. Dega, oh mein Gott, das ist wirklich etwas vom Schlimmsten. Das ist wirklich schlimm, Mann. Das ist wirklich schlimm. Und vor allem, wir müssen das noch im Dark Mode spielen. Und jetzt kommt noch Nightmare Balloon Ball. Blick, wenn nicht, ey. Du, Fie, bist so hässlich. Das ist hinter mir eigentlich noch ein Taip oder so. Wie riesig ist der? Ja, Entschuldigung. Okay, hat mich geblüht? Okay, ist das geschlossen. Und jetzt. 1 2 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 8 8 9 10 10 12 5 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 6 6 6 6 6 7 9 10 5 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 6 5 6 6 6 7 7 8 8 1 1 2 3 4 5 5 6 2 3 4 5 6 6 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 8 8 9 9 9 9 9 9 10 9 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 11 12 12 13 14 11 11 15 12 11 12 12 15 15 15 15 15 20 So, jetzt geht's, glaube ich, wieder. Ja, jetzt sollte es wieder gehen. Oh, scheiße, Mann. Boah, sowas macht mich so etwas von fertig. Blindes Vertrauen macht mich sowas von fertig. Ja, die Plush-Babys. Gut, bei denen bekommst du eine Vorankündigung, wenn sie dich jumpscalen, weil sie anfangen zu reden. Gehen wir rein. Meine Fresse, okay, ja, tauschen Lampes begrenzt, der Blemse bis sexugr. Gehen wir rein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, ups, ich habe mich komplett verstellt, warte kurz. So, ja, jetzt geht's wieder, ich bin falsch gestanden. Versuchen wir jetzt nochmal, du wirst vorgewarnt, also, wenn der Jumpscare kommt. Nein! Ich hoffe du warst es. Kommt da hinten auf dem Regal. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Oh, ist die Rote? Nein, ich... Oh mein Gott, ich habe die Rote gefunden. Nein, fuck. Ich finde sie nicht. Das war's. Ah, shit. Dann nehmen wir auf. 13 Minuten. Okay. Das mit der Taschenlampe ist ein bisschen Stress. Aber ich hätte gesagt. Wir machen die Plaschbabys in der nächsten Folge. Okay. So schwierig sind sie nicht. Aber wir brauchen eine Struktur. Regal. Platte. Hinter das Regal. Mitte. Der Spot da am Ende der Platte. Dann hier und hier. Und dann hier drüben noch. Also immer eigentlich von rechts nach links. Das wird unsere Struktur. Von rechts nach links. Okay. Aber ich hätte gesagt. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Help Wanted wieder. Ich bin eigentlich auch zu verdrissen. Schau gerne mal in anderen Projekten vorbei. Und in der letzten Folge. Die war übelst lustig. Wie gesagt. Ich brauche eine Wohnung. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir sehen uns nach Foxy. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.